Musik 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 Und es freut mich, dass so ein Vorhaben unterstützt wird, dass man damit eben dazu beiträgt, auch wieder einen Ort der Begegnung zu schaffen, einen Ort der Begegnung, der nicht nur für die Kirche sehr, sehr wichtig ist, sondern der auch für uns als Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist. Musik Und wir haben wirklich mit ganz großer Sorgfalt das vorbereitet und haben auch gesehen, wie das prima isoliert wird, dieser Holzbau. Musik 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 Musik